Hallo, ich bin aus dem verregneten Berlin, dreimal auf die Türetten, wo Daniel ist. Was ist gerade los? Ja, und ich sitze hier, heute, schon den ganzen Tag. Das ist jetzt die ganze Zeit, wir haben jetzt halb zwölf. Einerseits lese ich, habe nicht mehr so viel, das will ich heute definitiv schaffen, und ich mache ein bisschen Rotstiftarbeit. Jawoll, ein anderes Manuskript, das auch schon halb gerutschtüftet ist, also die Hälfte, deswegen halb. Genau, und ich habe gerade gefrühstückt, ein bisschen Smacks gegessen. Jawoll, Muni ist auch schon ganz wuselig, die Welt immer da hinten hin, auf ihren Platz, auf den Katzenplatz. Daniel saß aber die ganze Zeit da, oh, bis zur Ecke, und dann, nee, doch lieber nicht. Und, oh, ja. Ich habe schon gesagt, wenn er geht, ist sie bestimmt gleich da, ist er nicht mehr unten, aber jetzt ziehe ich oben auf den Katzenbaum. Hm, doch nicht so schnell. Also es ist hier ganz sicher rumgewuselt, vor mich hingelegt, da hingewuselt, und immer wieder in die Ecke, also in die Richtung zumindest. Aber er saß halt da, und das war doof. Irgendwann saß er halt hier richtig in der Ecke, statt da in die Richtung. Und dann war noch dämlich, ja, dann war ne, ja, nee, dann war ein bisschen hoch, und, ach, nee, doch nicht. Und jetzt ist es da oben. Ist auch okay. Jo, genau, heute mal entspannter, das ist ja auch Quatsch. Aber auf jeden Fall ohne Rechner, ohne Handy, ja, 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 das ist wichtig. Und, oh, ich denke mal, ich werde mich heute mit diesem Krams hier beschäftigen. Ich habe aber eine Wochenplanung schon gemacht. Dazu eigentlich mal mehr im Schreibtagebuch, genau. Ist das der Wind, oder ist das schon wieder so ein Spinnviech? Ich gucke mal eben, wie ist das da wieder so ein Spinnviech rumwappelt? Weiß ich nicht, aber es ist irgendwie, könnte wieder so ein Zeug sein. Ich hole gleich mal einen Staubsauger, juhu. Das ist ja echt anstrengend. Naja, ähm, ja. Wo war ich? Habe ich vergessen. Warum Planung gemacht? Mehr im Schreibtagebuch, genau. Das war eigentlich alles. Genau, mir ist auch erstmal nicht. Entspann mich hier. Warte, bis er wiederkommt. Aber mir passiert ja eh nicht. Von daher, oh, sonntagkalt, ne? Und jetzt nur drei Tage und zwei Stunden. Naja, das ist erst nächste Woche. Heute ist erstmal lesen und Schreibgedönse machen und sowas. Und ein bisschen Wohnung puscheln. Ähm, ja. Da hat es jetzt auch nicht mehr ganz so schlimm aus. Wenn man auf den ersten Blick sieht es viel aus. Aber der Tisch ist tatsächlich fast frei. Naja, ganz seltener Anblick. Ähm, ich saß letztens auch schon vor ein paar Tagen sogar da hinten. Hier vorne geht ja nicht. So ein bisschen krimseln. Aber es geht, es geht, es geht, es geht. Mein Zimmer ist auch noch ordentlich, ne? Außer die Kramecke und dem aussortierten Zeug. Aber ansonsten geht das hier auch hier. Okay, der Katzenkarton. Aber es wird schon. Es wird schon. Kriegt das irgendwie hin? Wir kriegen das irgendwie hin. Wird ja mal Zeit. So, jetzt habe ich aber wirklich genug gesammelt. Mir ist hier nicht. Mir passiert hier gerade nicht. Von daher haben wir später. Einstelle zu Hause und es gibt Hesda. Ja! Und Bominos. Was hast du für eine? Keine Ahnung. Irgendwas mit dem Barbecue und so Zeug. Genau. Und ich habe eine Türiyaki-Pizza. Mal gucken, wie die schmeckt. Guten Morgen! Daniel rief gerade an. Er hat ja heute wieder einen Kontrolltermin im Krankenhaus. Rief gerade an, dass drei Busse ausgefallen sind. Und er jetzt erst mit Muschteghaltestelle ist. Und er hat in sieben Minuten seinen Termin. Das wird knapp. Könnte er vielleicht gerade so schaffen von da aus. Ist nicht mehr so weit. Er hat es zwar angerufen, dass er sich wahrscheinlich eine halbe Stunde verspätet hat. Was sehr, sehr viel ist. Aber danach muss der Arzt zur OP. Also, äh. Hoffen wir mal, dass er noch rechtzeitig ankommt. Dass der Arzt noch da ist. Ja. Ich denke mal, das wird nicht lange dauern. Wenn der Bus gleich kommt, dann braucht er, hat er auch selber gesagt, braucht er so ca. 10 Minuten bis dahin. Das ist jetzt auch nicht so ewig. Also, kommt er vielleicht ein paar Minuten später bloß, dann passt das wieder. Er ist nur bis heute krankgeschrieben. Das heißt, er braucht auf jeden Fall eine Krankgeschreibung, eine weitere. Und der Arme ist immer noch nicht schniggimiggi. Ab und zu geht es zwar schon, aber... Also, er hat eine Schulter, ist in der Arm, wie auch immer. Aber ab und zu hat er den Tage, wo es richtig doll noch wehtut. Naja, er schont sich nicht. Dazu sage ich nichts. Ähm, ja. Nun ja. So ist das, ne? Und ich läute hier meine letzte halbe Arbeitswoche ein. Ah, ha, ha, ha. Ach, ja. Manometer. Also, sie ist schon eingeleitet. Ich habe quasi meine Aufgabe für heute schon erledigt. Also, von daher. Hm. Im Moment fühle ich mich immer hier im Moment. Zitronenwasser ein. Das ist erstens mehr. Und zweitens habe ich irgendwie... Mein Gehirn tickt dann anders und trinkt dann tatsächlich mehr davon. Das ist ja meistens so. Wenn man dann Strohhalm reinmacht oder sonst irgendwas, oder so ein anderer Behälter nimmt, da trinkt man einfach viel mehr. Und das klappt gerade wunderbar. Ich habe auch viel Lust, mir viel mehr Lust zu trinken. Ohne was bringt das, würde ich sagen. Ich habe jetzt richtig Durst. Ähm, genau. So sieht es aus. Was ich nur gesagt habe. Ja, mehr ist, glaube ich, erst mal nicht so. Hier ist niemand. Außer, dass das alles ein bisschen verfudselt ist oben. Mal nicht selber gemacht. Das sieht aus, ey. Aber sonst, Muni liegt auf dem Kratzbaum. Im Wohnzimmer ganz oben. Und ja, bloß in der Mulde. Auf dem Flur. Auf dem Balkon. So. Auch okay. Anscheinend sind die plötzlich schon wieder out oder so. Keine Ahnung. Oder sind eben zu verfudselt. Kann natürlich auch sein. Ja, guck, vielleicht mache ich das nachher mal. Ich nirg, dass ich mich da auch wieder hinsetzen kann. Weil so ist ja, da hat man ja den ganzen Hintern voller Haare. Dann ist aus. Kurzes Daniel-Update. Er hat es noch geschafft, aber es wird doch eine andere Antwort. Woller nochmal angerufen hat. Ich habe ja gefragt, ob das der Arzt ist. Aber er war wohl ein anderer. Er hat dann nochmal zwei Wochen krankgeschrieben. Und darf nochmal ein CT machen, weil es ja schon eine Weile her ist. Und gucken, wie es jetzt zusammengeheilt ist. Und so weiter und so fort. Das darf man dann die Woche anscheinend auch noch machen. Ja. So ist das. Das ist zum Glück bei diesem Center, wo er letztes Mal auch war. Da geht es ja relativ fix. Von daher. So gefasst. Also eigentlich ohne Termin. Wenn man eine Überweisung hat und so weiter, dann kommt man da ja sofort ran. Das ist ja ganz praktisch im Gegensatz zu woanders, wo das dann tausend Jahre später erst so weiter man einen Termin bekommt. Und denkt so, hey, du brauchst aber doch jetzt und nicht in zehn Jahren. Da ist er wahrscheinlich schon vorbei. Manchmal ist es unlogisch. Aber nun gut. So ist es dir. Jetzt kommt das wieder nach Hause. Draußen wird gerade gemäht. Und der Bretter mit diesem Rasentraktor da hinten über die Fläche rüber. Wahnsinn. Aber das riecht wieder so toll. Oh, ich liebe diesen Geruch von frisch gemähtem Gras. Oh, ich durfte gerade Krapfen nehmen. Weil wieder schwindelig ist. Die Sonne auch schon wieder so gut wie weg. Es ist wieder grau. Und ach, keine Ahnung. Es ist... Oh. Katze. Hallo Katze. Mensch. Läuft ja auch draußen einfach so rum. Na sowas. Ja. Tricken, tricken, tricken. Richtig, Daniel ist zu Hause und es regnet. Also er ist schon ein bisschen länger zu Hause. Aber... Joa. Schön. Schön. Ich bin so unfassbar müde. Weil ich die Nacht gefühlt gar nicht geschlafen habe. Irgendwann hätte ich schon geschlafen haben. Und ich habe irgendwas wirres Zeugs geträumt zwischendurch. Aber gefühlsmäßig habe ich eigentlich gar nicht geschlafen. Also kommt bevor ich nicht geschlafen hätte. So. Knuddel. Gleich kommt ein Kalter hochgesprungen. Da ist er schon. Hallo. Ähm. Ähm. Ich hatte schon mal Nachmittelskaffee. Oh, ich bin immer noch am Mittag. Ich habe es auch schon versucht im Lesen. Vorher habe ich eingeschlafen. Aber ich habe auch das Gefühl, das Buch reißt mich gerade nicht. Jetzt versuche ich es mit einem neuen Buch. Ähm. Was auch für mein Leselister steht hier. Schon gesehen habt. Wahrscheinlich, wenn ihr das hier. Natürlich. Heute ist es heute Morgen online. Das heißt, ihr habt es schon lange, lange, lange gesehen. Ähm. Was genau wird das jetzt hier? Was? Okay. Okay. Joa. Kann man machen, ne? Jetzt hier raufsetzen oder nicht? Oder was? Jetzt mein Taschenton, das brauchst du nicht. Jetzt hier ist mein Buch, das brauchst du auch nicht. Eieieiei. Noch weh. Ja. Deswegen dachte ich, ich probiere es mit dem nächsten Buch. Von der Wunschlöste. Ach, Wunschlöste. Zitter. Ich bin müde. Nicht jeder abgelenkt. Von so einem Buschel hier. Achso. Und ich hätte eigentlich noch mal so ein, ähm. Andere Meetings-Tabler. Termin-Gedings hier auf Arbeit. Aber das, also für am Mittwoch. Aber das wurde erst mal knallhart abgesagt. Okay. Bin ich nicht böse drum. Ähm. Verrückt. Wirklich verrückt. Also, ob ich morgen mein letztes Meeting Letzten zwei wahrscheinlich dann auch. Ich weiß gar nicht. Er wurde noch nicht mehr eingestellt. Keine Ahnung, ob wir das zweite auch haben. Hm. Gucken wir mal. Ähm. Ähm. Also, das ist morgen. Das letzte Mal. Blablas. Noch zwei Tage. Zwei Stunden. So, jetzt noch zurück zum Buch. Meine Güte, ich bin hier voll abgelenkt. Ich habe mir gesagt, ich möchte jeden Monat ein Buch an den Strobel lesen oder hören oder wie auch immer. Und habe mich jetzt für das Skript entschieden. Das gibt es nicht als Hörbuch. Und wenn denn nur gekürzt oder sonst irgendwas. Ähm. Kann ich jetzt nicht gerade genau sagen, ob das Skript gekürzt ist. Auf jeden Fall gibt es das nicht ungekürzt. Das kann ich schon mal sagen. Und deswegen lese ich jetzt das Skript. Das reißt mir sowieso, weil es heißt das Skript. Ähm. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Es geht um ein Skript und das reicht ja schon. Schnu, 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 jäh. Mir braucht Dali. Ja. So ist, ne? Okay. Dann werde ich jetzt anfangen zu lesen. Hoffentlich nicht einschlafen. Kann ich nicht garantieren. Ähm. Nachher ein Inser-Story und einen Post machen. Und dann. So. Gucken wir mal. So. Mir ist das mal nicht. Die Ange geht nachher nochmal los. Zur Physio. Währenddessen werde ich den und die Dusche springen. Ähm. Eine soll auch noch Post kommen. Hermes. Wenn man für ihn zum Abholen und für mich was bringen. da freue ich mich ja schon, ne? Neue Goodies, etc. pp. Da freue ich mich richtig drauf. Und da hätte ich ja damit auch nochmal eine Story zurückzumachen. Ja. Spannend, alles spannend. Tja. Der Tag ist zu Ende. Blechner fährt hoffentlich rund durch. Händikomlechen wieder in Fehlermitteln, die so rumkringelt. Irgendwas ist mit. Den ganzen Köchen hier. Wie heißt das? Feige cut. Mit blumig foxen. Ich bin heute nicht gewöhnt. Hm. Egal. Oh. Ich glaube, ich kann noch besser schlafen. Dann ist es nicht einmal nass geworden. Obwohl es durch Resilter geschüttet hat, sieht es auch schon mal grau aus. Aber er war ja heute Abend nochmal bei der Physio. Das letzte Mal. Weil ich dachte, dass es wiederum zieht hier. Und er ist nicht nass geworden. Ist trocken geblieben. Erstaunlich, erstaunlich. So. Jo. Jetzt trinkst du mal, dass ich das Wässerchen aus. Das dritte Glaser, das habe ich nicht mehr ganz viel gemacht. Ich wusste, ich trink nicht mehr so viel. Jo. Hm. Ich bin müde. Aber nur noch zwei Tage und zwei Stunden. Jawohl. Sehr schön, sehr schön. Und man guckt, ob wir morgen zwei Tannine haben, aber nur einen. Eigentlich hätten wir ja morgen zwei. Aber gut. Vielleicht kommt der Termin ja morgen früh dann noch ein paar schnellere Hände oder sowas. Keine Ahnung. Wir werden das sehen. Okay. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Gute Nacht. Bevor ich es vergesse, wir haben heute Urlaust-Fast bekommen. Vielen lieben Dank. Aus völligen Grüßen. Nein, für die Grüße von der Nordsee. So. Wir haben Nordsee, ne? Ja. Hier ist das falsche Sack. Kommt jetzt hier auch an die Wand. Hihi. Bis zum nächsten Mal.